Ich habe wenigstens noch einen Teil der Einfahrt geschafft. Okay, dann fahre ich bis Friedrich Wilhelmplatz. Dann fahre ich bis weiter Scheuerplatz. Ich mach so noch ne Ausfahrt. Hm? Ich mach so noch ne Ausfahrt. Ja, na das Ding ist, Friedrich Wilhelmplatz kann die scheiße Ausfahrt filmen. Da ist der Monitor jetzt soweit vorne im Bild. Wieder fahre ich mit dem Emmer, kann ja noch ein bisschen laufen. U9 nach Rathaus Steglitz. Einsteigen bitte. Zurück bleiben, bitte. Zurück bleiben, bitte. Dann. 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 Ja, mach das. Ja, dann fahre ich mit zweiter Schreiberplatz, 19.08 Uhr, mein Boss. Bin nix früher da, 19.08 Uhr. Ja, dann fahre ich mit zweiter Schreiberplatz. Einsteig bitte. So kann ich bitte. Neopold platzen, Übergang zu 6. 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 Übergang zu 6. Übergang zu 6. Neopold platzen, Übergang zu 6. 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 Übergang zu 6.